Die Lohna? Stell dir da vor, was passiert ist. Wisst du noch, der verrückte Bahnstieg von hinten war? Wird gerade von der Polizei verhaftet. Weil er im nackigsten Bürgersteig auf- und abmarschiert ist. Mit zwei Chemels im Hintern. Kein Mal, warum sie gewesen sein, den kann ich doch von hier nicht so genau sehen. Na, wo soll er denn sonst hinstecken? Hat er keine Taschen?